Bohnensamen Hallo und willkommen zu einem neuen Video bei Wissen4U. In diesem Video möchte ich euch berichten, was ihr tun könnt, damit Bohnensamen schneller keimen. Denn Bohnensamen brauchen normalerweise 10 bis 30 Tage, um zu keimen. Das ist je nach Sorte abhängig und umso dicker die Schale der Bohnen ist. Aber diese Zeit kann man super verkürzen, indem man die Bohnensamen über Nacht in Milch einlegt. Denn die Milch sorgt dafür, dass die dicke Schale der Bohnensamen wieder weich wird. Außerdem enthält die Milch Natriumphosphat, was die Abwehrkräfte der Bohne stärkt. Am nächsten Tag einfach die Bohnensamen nehmen, diese nicht abwaschen und direkt in die Erde einpflanzen. Durch diesen Trick könnt ihr die Keimdauer zwischen 7 und 10 Tagen verkürzen. Wenn euch der Tipp geholfen hat, würde ich mich über ein Like freuen und abonniert gerne meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer wieder die neuesten Wissensvideos sofort erhaltet. Und wir hören uns bereits morgen wieder. Ciao!